Dir fehlen auch nur noch die ZDM-Challenges, oder? Mir fehlen nur noch die ZDM-Challenges. Und das letzte von... Templer hast du auch schon gemacht, oder? Ja. Und... Welches ist das denn? Das hab ich gar nicht mehr drin. Das hab ich, glaub ich, rausgeschnissen. Wollen wir noch mal kurz zum Turm fliegen, oder? Also ich müsste nicht. Da sind überhaupt die anderen alle. Ich dachte, wir waren sechs, oder wie viele waren wir jetzt? Da war schon seit über der Woche ein vereinbar. Ja! Und niemand hat was dagegen gesagt. Das hat sogar Tim vorgeschlagen, oder? Dass wir uns mal was ausmachen sollten. Ja, ja, klar, natürlich. Dass wir uns treffen. Uns halt ausmachen und uns dann treffen. Ich und sie, wir haben das... Tim hat das vorgeschlagen. Können wir mal ein festes Datum ausmachen. Wie ist das? Ja, toll. Ist keiner da. Super. Super, nur zu viert. Was? Nein! Baba, ich bin im Internet! Obwohl, flieg mal zum Turm, fliegt sie was hin, ne? Was gute Momente waren, was schlechtere waren, meinst du? Wie den Krotter, den ich hochgeladen hab, wo alles super war, bis auf die Brückenphase, wo ich ewig fände. Ja, der Rest war so richtig schnell durch, aber die Brückenphase ist richtig gezogen. Brückenphase ist schwul. Hm, das muss sie mir aber nochmal genau durchgehen. Das ist schon wieder irgendeine Scheiße, oder? Mir wird's noch gar nicht angezeigt. Was? Jetzt hat's. Hab einen effizienten Tag, Hüter. Ich soll ja heute einen effizienten Tag haben. Jo, passt so. So. Nee, aber ich glaub, dir fehlt auch noch ZDM. Du hast doch jetzt bei jedem Rater bei dir, Markus das erste Mal gemacht hat, oder? Dann fehlt ja auch noch ZDM, weil Markus hat jetzt alles bis auf ZDM. Ja, und Atheon fehlt mir noch. Atheon. Hinten am Ende. Nee, Atheon hast du doch gemacht. Was war das mit den Orakeln? Nein, die haben wir doch nachher normal gemacht. Nicht die Challenge. Die haben wir nachher doch normal gemacht, Sebi. Haben wir doch gesagt. Und dann war's direkt First Try. Zack. Ich hab den Schildträger gemacht und der Laker. Fertig. Gorgonen muss wahrscheinlich auch noch liegen im Labyrinth, alle. Ja, hab ich noch nicht. Die hab ich auch noch nicht platt. Kann das sein? Gorgonen? Ja. Die hab ich auch noch nicht gemacht, das weiß ich. Die Gorgonen muss ich noch machen. Die Hexen in der Rekordzeit kann auch sein, dass ihr das noch machen müsst. Keine Ahnung. Oder ist Sebi, glaub ich, nicht mehr. Du kannst denn mal gucken auf der Dingsseite, auf der Raidseite. Ja, ich guck. Ich rühm mir grad erst meine Waffen rüber, die ich brauch jetzt. Äh, in dem Buch. Exus-Schweb. Einmal jeden Raid musst du schaffen, dann die Hexen-Challenge in unter zwei Minuten. Hexen-Schweb. Seite des Triumphs-Buch. Da gibt's eine Raidseite. Eliminiere alle Gorgonen und dann Collect Raid-Challenge-Implames. Ja, ich glaub, es fehlt dir nur noch Axis. Aber Axis ist easy. Von nur überladen. Macht nicht das Maschinengewehr auch mehr Schaden? Mit der Gorgonen ist lustig. Das ist der Methode nicht gemacht. Was hat Tür dabei? Ist es hier da? Wo ist es hier? Wo ist es hier? Wo ist es? Wahrheit. Ganz heftig. Der Hirsch. Tobi hat das Schwere, speziell Waffen in Kameleins. Schwere, äh, nein. Er hat Arme. Nein! Lechtige Arme. Ach, Mann. Ich will einen himmlischen Nachtfalken haben. Scheiße. Und ZDM fehlt mir so oder so noch. Arme und Brust. Die fehlen mir noch. Oh, aber der Hirsch. Du brauchst den Wied an der Hand. Dann lukt dich gar nichts mehr. Mhm. Wo kriegt man noch mal den besten seltene, seltene, seltsame Münzen? Oder seltene? Einfach spielen. Ich mag die ganze Zeit Strikes, ich hab 217. Nur durch Strikes. Eigentlich. Hauptsächlich. Eine gute Dämmerung, Strikes gibt auch nochmal gut welche, wenn man Glück hat. Ja, aber wenn du einfach per meinen Strike farben bist, du kriegst so viele davon. Und du kriegst noch Skelettschlüssel. Den kannst du alle für Schrofflinter ausgeben. Ja gut, ich hab genügend Skelettschlüssel. Ich brauch immer noch die Schrotze. Ich hab auch noch vier. Wie viele hast du jetzt, äh... Ich hab wieder keinen. Ich mach den mal allein dann. Nicht onside. Ich bin grad in Destiny, mach ich halt den Strike. Bis ich Schlüssel hab und dann geb ich den gleich wieder aus. Deswegen kann ich wieder keinen mehr. Ich muss mal kurz Inventar entleeren. Weil zu viel Schrotz. Wo ist der? Auf Venus? Welcher ist das da? Oben links auf Venus. Oben links, gut. Alles klar. Dann geh ich da mal durch. Wind ist das Ende oder so. Vier Stück verknallen. Gucken, vielleicht hab ich Glück. Messsucher und geölter Rahmen oder was? Nein, nein. Kein Messsucher. Vollauto, geölter Rahmen, letzte Runde. Und wenn du noch ganz links aggressiv Ballisting hast, dann wär's noch besser. Aber das ist... Okay. Also am wichtigsten sind Vollauto, letzte Runde. Geölter Rahmen, wenn du noch drauf hast, ist dann perfekt. Letzte Runde ist damit, die letzte Runde, die macht dann Bonusschaden. Und du, wenn du Vollauto hast, geölter Rahmen verdoppelt die Nachleutegeschwindigkeit ungefähr von der Anzeige. Okay. Damit du halt den letzten Schuss immer gleich mit der Vollauto halt den letzten Schuss, du hättest dann einfach nur gedrückt und schießt diesen letzten Schuss einfach permanent drauf. Der macht dann die ganze Zeit Bonusschaden. wegen der letzten Runde. Hm? Ja, aber da musst du davor was killen und das kannst du ja nicht überall machen. Erstmal die Königshupe sich kaufen. Aber das geht auch mit, wenn du theoretisch reaktives Nachleuten drauf hättest, aber das geht nur bei dem vom... Ja, so, du kennst auch dieses... Waffenhändler läuft für die Schufflüte. Warte mal. Äh, äh. Ich mach's ja mal rein. Königshupe. Wunderschön. Okay. Kann man was essen? Können wir noch mit? Ja, kannst du noch, Wurz. Ich hab alle Waffen mit. Komm zurück, wenn es... Boah, nur Schrotze und Exoschwert. Und Sniper. Hab ich. Ja, alles dabei. Ich hol mal Tim den Spacken an. Übrigens, ey, äh, wo wir, wo wir auch jetzt gelaufen sind, ne, Sammy? Mhm. Ich hatte noch voll viele Knacken gehabt im Tresor, ne? Eine Handfeuerwaffe als, äh, als Exo. Die Handfeuerwaffe ist nicht gut. Die hatte ich gekriegt. Dann hatte ich die als Legendär gekriegt. Die pein von Marain nochmal, als normal. Die hast du ja mit Feuerball. Die erste, die du gekriegt hast, war ja mit Feuerball, ne? Die erste hab ich Exo gekriegt mit Feuerball und die andere auch mit Feuerball. Also, alle beiden. Und noch eine im Tresor. Fragt Tobi, wie lang ich pein von Marain gefarmt hab, bis ich die mit Feuerball gekriegt hab. Lang war's. Also ist die nicht gut, die Handfeuerwaffe? Die kann ich zerlegen, oder was? Die Hand... Behalt dir eine einfach nur aus Prinzip. Okay, ja, ja. Aber an sich... Schmutz. Scheiße. Zu wenig Reichweite. Ja, seh ich. Das ist nix, Alter. Das ist ja gar nix. Die kannst du auch nirgendwo auf Reichweite. Schmutz. Ja, dann weg damit. Dann krieg ich die... Ah, ich kann die infodieren. Infodier ich die. Weg damit. Ah ne, ich zerleg die. Dann hab ich ein exotisches Buchstück. Die Handfeuerwaffe, hast du gesagt, kann ich auch zerlegen in normalen, ne? Legendär. Hab ich die nämlich auch gekriegt. Schmutz. Die Oryx-Handfeuerwaffe. Schmutz. Gut. Sehr gut. Was ist denn? Ach, hab ich schon zerlegt? Hab ich gar nicht mehr. Also, ich hab jetzt mal beide angerufen. Keiner geht ans Handy, ey. Wofür hast du denn ein Handy? Das ist doch kacke, Mann, ey. Wenn man sowas vereinbart und der nicht kommt, der ist scheiße. Ei, ei, ei. Gerade wenn du ein Speedrun-Team hast, das ist echt scheiße. Das hier? Übung? Ja, jetzt absagen ist auch scheiße. Wir machen jetzt irgendwas. Ne, dann mach Krota. Komm, ich brauch Krota. Dann lass Krota grad zuerst. Krota muss einen Warlock nehmen und sich wieder mit ihm die ganze Zeit rüberrennen. Sohn und zu 14. Ich bin hier. Ich hab keinen Warlock. Willst du die ganze Zeit rüberrennen? Also, wollt ihr Krota lieber machen? Krota ist behindert. Weil Krota findet mir noch die Arme. Krota findet mir noch die Arme aus dem Hargeld-Mode. Dann mach mal Krota auf 93 zu viert. Ja, dann go. Dann rennt Tobi die ganze Zeit rüber, oder wie? Ja. Okay. Ich kann mich einmal rüberhauen. Ach, ne, Füße finden mir auch noch, seh ich gerade. Ich hab auf 93 gestellt, oder? Ja, ich glaub schon. Füße finden mir noch. Ich hab auf jeden Fall, ich hab auf jeden Fall umgestellt. Das war ja nur grad verweht, ob ich auf 93 gestellt hab, oder auf 13. Oh, das glaub ich. Das sorgt aber auf normalen. Das soll dann erst mal kurz Waffenlauer dort anpassen. Ich find's einfach, einfach schade, dass die einfach nicht kommen. Ach, es war fest ausgemacht. So, niemand hat, der... Mutter, Mutter und Handschuhe. Ne, wir bräuchten... Ich hab einen Schmelzpunkt. Jürger Schlanker. Warlock. Warlock. Markus bräuchte halt unbedingt diese Handschuhe, mit denen er zwei Granaten aufladen kann. Also zwei Handdinger aufladen kann, dann wär das echt super. Für welchen Fokus sind die? Für leeren Fokus, ne, oder was? Die sind für jeden Fokus. Da kriegst du bei jedem Fokus zwei Nahkampfe. Okay. Weil das muss auch noch alles ändern. Quota, Quota. Ja, Heroik ist drin, also. Quota. Nimm das. Scha, 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 scha. Und da. Schwertin, nimm das. Nein, nein. Juhu, jetzt hab ich wieder vier Sprünge mit den Schuhen. Die sind echt geil. Eins, zwei, drei, vier. Warte, Jungs, ich komm auch. Du wirst nie so schnell sein wie ich. Nein. Ja, Warlocks. Nur weil wir nicht so schnell sind wie ihr. Und wenn du Warlocks-Skate machst, bist du genauso schnell wie ich. Wenn du es richtig machst. Brauchen wir eine Waffe. Nein, das TIE ist verschwunden. Brauchen wir eine Waffe. Aber ich konnte mich trotzdem noch reinspringen. Ja, moin. Ich konnte trotzdem noch reinspringen. Ich kann mal kurz gucken, ob die Dinger da ist. Ja, guck mal. Bitte. Warte mal. Bin grad zu behindert, hinzurennen. Entstehungskette. Das ist ein Springer. Nein. Hallo, Bonuskiste. Ja. Ist da? Ja. Warte. 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 Wir sind auf einmal alle im Springen. Die ist da. Alle hinten da. Alle hinten, ja. Nur den Scheiß entkrammen gekriegt, ja. Und er kriegt gleich Blau B, Alter. Warte, das ist ein Sprenger-Boy. Warte, ich muss erst schwer machen. Das ist auch ein Sprenger-Boy. Machen wir Schwertaktik? Mach ich ja bei ihm. Ach, ne, geht ja gar nicht. Ich hab ja nur eine Granate davon. Ja, komm, meinetwegen können wir. Jo. Und er ist Sprenger. Sprenger-Boy. Ne. Jetzt. Die Lampe gleich. Achtung, Sprenger rechts hinten. Lass euch weiter, gleich weiter, gleich weiter. Auffassen, Sprenger, dann links. Bin ich hier? So, weiter. Weiter, weiter. Ey, ich wollte beim Fall schießen. Ich kann fast gern machen. Weiter. Weiter. Lass uns mal gleich in Ruhe, dann machen wir alle. Das wäre er nicht. Kann ich nachladen. Und weiter. Weiter. Noch schönen Dämmerbruch. Der kommt gleich weiter, oder? Ja, easy. Easy. Der Profi, ich wollte gerade sagen, der Profi-Squad. Einer läuft gegen den Stein. Jawohl. Der Profi-Squad. Weiter. Weiter. Das Ding. Auch schon wieder länger her, das Spiel. Weiter, wenn man schätzt so lang. Weiter. 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 Bei der nächsten Lampe, der Ritter, oder? Ja. Ja. Wo? Hämmer! Stopp, Hämmer time. Weiter. MC Hämmer time, Alter. Bei den ersten kommt er erst. Da kommt er! Da ist er! Ich hab kein Leben mehr. Weiter. 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 Ich mach ihn mal ein Teil hin, da kommen so viele. Alles gut. Oh, Gott. Ich hab eine Granate durch. Ich hab was mit schönem Sphären. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt gefällt sich was. Weiter. Oh, nee. Krota, seid ihr dessen gespielt? Wohin? Nein. Weiter. Rechtsrum, Sprenger, links. Oh, hör auf. Ich... Oh, hör auf. Hammer. Hammer. MC Hämmer time. Hammer. Ich hab auch wieder Pfeil. Dankeschön. Weiter. Enten ist er Ritter. Weiter. Weiter. Wo, wo, wo. Hey. Lappen. Zwei. Als erstes bei der Lampe. Der geht noch. Ich war genau neben dir, Alter. Nein. Ist weg. Weiter. 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 Fünfter bei der Lampe von vier. Jawohl. mit den Steinen. Fünfter von der Lampe. Das ist gut. Bei vier Leuten. Ich bin Fünfter. Ja, mach ich aber Sechster. Hier lassen wir eine wieder aus, ne? Wie immer. Ja. Ja. Ich hab Pfeil auch wieder ready. Weiter. 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 In die Dunkelheit. Weiter. Und noch viel weiter. Weiter. Wir haben's. Auf die Felsen. Nee. War schon Legend, sagst du? Ja, wir sind zu viert, Alter. Ja, wir sind zu viert, Alter. Ja, ich hab noch Bubbel. Pfeil und Bubbel. MC Hammer Time ist auch am Start. Lass ihn mal alle kommen, Alter. Ist gut. Lass ihn mal kommen. Ich hab noch auf. Nee, heb noch auf. Ja, der kommt doch sowieso. Ich kenne doch sowieso wieder voll. Alles gut. Lügenpresse. Ich kenne doch sowieso wieder voll. Babel Simi. Ja, stell schon mal. Kriegst du wieder. Markus hat jetzt Sphären vorne. Ich MC Hammer Time. Und hier noch ein paar Sphären. Ohne Ende, Mann. Ohne Ende. Zack, der nächste Fall kommt schon gleich wieder. Zack, der nächste kommt. Rechts kommt ein Ritter und paar Sprenger. Ja, lass ihn mal kommen. Grüß dich auch, Gary. Sexy. MC Hammer Time. Ach, see you, John. Alter, der Pfeil hat gar nicht mehr auf, weil er immer wieder neu reinkommt. Heroes never die. Bubble is weg. MC Hammer Time. Mehr Hammer. Hier fallen die Sleer, Alter. Aber wir können ja schon rüber. Der Teppich fügt schon rüber. Tobi, der Einzige, der es gerallt hat. Tobi, sie ist schon so halb die Brücke zu hüten. Wir kämpfen noch hinten. Keiner reiht irgendwas. Es geht doch locker, Mensch. Zu viel. Ach, ich brauche keinen Umhang machen. Tobi, du weißt, wie du das machen musst? Nee. Okay. Du rennst rüber bis zu dem einen Teil der Brücke, der quasi jetzt schon vorhanden ist. Und weiter nicht. Du stehst da oben. Einfach draufstehen, die ganze Zeit auf den Boden hauen mit dem Schwendenangriff, damit der blaue Ritter zu dir rennt. Und nur rübergehen, wenn du in den Superfall hast. Ich sollte vielleicht große Rüstung anziehen. Ich gehe auf die Mitte. Ja, dann würde ich als Schwerträger in die Mitte gehen. Ja, du musst eh die ganze Zeit dann rübergehen. Gut, dann geht's los. Markus? Was soll ich denn? Achso, soll ich dann nach rechts gehen? Okay, ich kann. Okay. Hier ist keiner. Das ist links, Markus. Und dann mich einfach töten lassen, wenn ich drüben bin, ne? Oder runterspringen. Ja, nee, auf dem Jungle stehen einfach die ganze Zeit hauen, bis du quasi stirbst. Solange deine Super ist, kannst du rübergehen. Bei C, B, ist er. Ich begrüße ihn herzlich. Komm, mach auf den Waffe wegziehen. Und halt nicht zu weit gehen. Du darfst nicht bis zur Platte gehen. Wenn du bis zur Platte gehst, dann stirbst du drüben. Halt, Stopp! Also wirklich nur an dem Rand stehen bleiben, der schon davor da ist. An alles, was nach Brücke ist. Und dann einfach die ganze Zeit mit einem schweren Schlag hauen. Ich bin gleich tot. Dann sollte der Blaue auch zu dir rennen. Warum spielst du mit der Bodishaften? Die zieht dir die ganze Zeit Leben ab. Du musst runter, du musst runter, du musst runter, du musst runter. Markus? Krab, ja. Warum stehst du nicht unter der Klüfe? Ich spiel keine Boshafte, die zieht dir die ganze Zeit Leben ab. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Ja, da dachte ich so, ein und lieber Fack. Wenn dann nimm dir ein Necrochasm, mit dir lebst du ewig hier. Necrochasm, aber ja, Eins-Variante. Die ist nochmal heftiger. Die ist super. Ich glaube, das ist nicht der Einzige. Ja, warte, ich hummel die gerade noch drüber mit. Die ist immer noch. Ich kann schnell los. Ja? Mit Speedrun 390 zu viert? Ich stehe gerade drunter, alles gut. Kommst du in die Mitte, Sammy? Ja, steh. Ja, die explodieren ja, ne? Die formt erst jetzt, ne? Nein. Das war gut, knapp. Alles abgetimt. Also das ist halt daran echt cool, ne? Die gehen ja noch hoch, die Leibeigenen extra, ne? Geht alles hoch, was sie mit dir tötet. Okay. Einfach hauen, bis du stirbst. Wenn du dein Schwert verlierst, dann stirbst du eh. Und am Beleben mit solltest du tun. Hast du keinem wiederbeleben? Da ja die Totems aktiviert wurden, ist die super komplett weg. Ach, sorry. Wir können wipen. Sorry, hab ich nicht bemerkt. Ich war zu fokussiert auf den Ritter. Deswegen wäre auch gut, wenn du schlechtes Karma reinnimmst. Dann kannst du deine super schnell wieder aufnehmen. Dann müssen wir doch nochmal zum Turm. Hast du die nicht übertragen? Oder hast du die gar nicht, oder wie? Ich hab gar keine. Ich hab gar keine. Ja, okay, dann ist egal. Dann küsst du einfach drüben. Das ist gut. Wir haben gerade einen Energy. Schreibst du denen gleich noch eine Abmahnung, Sammy? Den anderen weinen, bitte. Ich hab den Abmahnung vom Team. Gegen einen Strike. Wenn ich einen zweiten Strike habe, fliegen sie raus. Dann krieg ich mal schon. Zweren. Liebe Zweren. Ich liebe sie. Sollst du ihn bitte ein bisschen hinhalten, den Ritter? Ach, Zweren. Das mägt doch. Das mägt. Zweren. Hier ist sie. Jawohl, zack. Aua, was ist das? Was spielt denn hier alles? Aha. Immer schön hauen, sonst kommt der Blaue nicht zu dir. Nö, ich hau nie. Der kommt doch so. Eigentlich nicht zu dir rennen. Doch, doch. Der mag mich einfach. Okay. Weißt du, der mag mich einfach. Wenn viele Ärzte in der Mitte kommen, mach ich den Hammer, da meine Nummer ist. Ja, hier müssen auch ein Haufen liegen, hier bei mir auf meiner Seite. Ja, dann tue ich mal recht weg, weil der gestorben ist. Ja, die sind ja, wenn du gestorben bist. Ja, ja. Das ist gerade angebunden da vorne. Das ist gerade angebunden da vorne. Das wäre ein Sebi, ich komme. Markus macht doch lauter Sven. Ich lege doch welche hier bei mir überall. Die liegen alle bei mir. Ach, hör auf, Alter. Ja, komm. Mein Dämmabbruch war blockiert. Ich konnte keinen Dämmabbruch machen. Warum auch immer. Ich töte noch, ich hole mir noch kurz hier die Sphären. Okay, dann Wipe. Nein, tot. Ripp, ripp, ripp. Ich bin da gefallen. Na gut, theoretisch könnten wir es ja auch zu dritt machen, aber ich glaube, es wäre dann doch ein bisschen zu stressig. Also gehen würde es. Ich baue in der Mitte die Brücke auf, gehe schnell rüber, dann ist sie wieder abgebaut. Ja, mach es immer allein. Du kannst dich hier rüberhauen, aber es ist mit dem Warlock mal echt beschissen. Warlock ist so schnell an Höhe verdient. Flieg, Titan, flieg. Naja, Warlock. Flieg. Hallo. Ja, wir denken, wer hier ist hier, der Schwerträger? little ist hier. Okay, go, komm, hey. Baf, komm, hey, hör- pard eitthvað er. Und ich auch, was finde ich. Okay, ich weiß nicht, ob das was wird. Du schaffst das. Ja, wenn er nicht stirbt, lock ihn halt einfach nur zu denken. Ja, alles gut. Ist noch grad so ausgegangen. Ja, nee, dann schlag ich einfach jetzt immer Sicherheitshalber. Ja, sonst ist er immer gekommen, ohne dass ich das gemacht habe. Weil Sie wie links sind? Komm zu mir. Dann musst du auch reinlaufen lassen. Ja, ja. Die kommen schon. Sphären? Der Schwertritt ist hier in der Mitte. Ja, dann gehe ich zu Siebi und fülle mir seine Premium-Sphären an. Soll ich ihn dann gleich töten? Hast du's dann? Nee, ich hab's nicht. Ich brauch noch was. Von mir? Okay, ja, ich glaub, dann dürfte ich's haben. Okay. Ja, hab's. Markus, du musst draufstehen. Ich bin dann auch so wichtig, dass ich hier draufstehe. Nee. Dann weich's halt. Danke, wegen dir verliebt die ganze Zeit. Dann weich's meine Supers weg. Ja. Ich geh zurück. Nein, eigentlich nicht. Du kannst nicht zurück. Es geht mir deine Schwertzuber weg, dein normales Supers sollte nicht weggehen. Sorry. Ja, mei. Ja, das Schwert kann ich wegschmeißen, ne? Hast du was du noch gesagt hast? Ja, aber warst du einmal drüben? Yay. Bist du jetzt wieder hingestellt? Ach, ah, jawohl. Ich dachte, das wäre auch so normal, die ist super weg. Sorry. Oder? Nee, das war ja mein Fehler. Ich bin ja von... Ja, trotzdem hatte er seine Supers noch. Er verliert seine Supers nicht, wenn... Ich war ja im Amvisierten, so bin ich ja vor ne Platte runtergegangen. Das hab ich ja nicht gemerkt. Dann Läufe brauchen wir, aber dann haben wir's auch gleich. Der Kroter geht wieder schnell. Warte kurz. Achso, sorry. Achso. Hast du gerade das Tag? Warte kurz. Ich schaue auf der Watte drauf. Ready. Für den Fight. Lass mich das Super aufladen und zu Siebe und mir die Super Premium Bubbles abholen. Ich bleib jetzt hier stehen. Ich habe ihn nicht ab. Schönes Ding. Ich fällstück von der Platte. Grüße. Der mag dich, kann das sein? Ich mag euch beide. Ich mag ihn sehr gerne. Ich mag zumindest seinen Schwerzer gerne. Das ist, glaube ich. Ey, war mal kurz zu tauschen, was ich... Ich sag's mal so, der Ritter ist mir ein bisschen zu abgehoben geworden, seitdem er mit Simon rumhängt. Der ist mir einfach zu abgehoben worden, muss ich sagen. Ich mag dir nicht mehr. Ja, alles gut, ich komme. Ich hab... Ich kann trotzdem kurz einen Tausch machen. Ich hab's lieber, wenn ich die Sperm bei dir hab. Jetzt können wir eigentlich wieder zurücktauschen. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Bist du wieder da, Tobi? Ich bin wieder da. Mit den Dingsfern? Und lass dich auf. Ich schipp dir erst bei Silvia auf. Boah, wie schön es in Destiny 1 ist, mit den Super zu kriegen. In Destiny 2 brauchst du Jahre, bis du sie hast. Wie weit hast du, Tobi? Äh, Hälfte. Mach uns zum Bogen. Nö, hab ich noch nicht. Eben keine Essweine laufen. Erst bei mir in der Mitte dann? Mhm. Ich brauch nur ein paar Gegner. Die ich töten kann. In der Mitte sind einige. Kannst du dir alle vorne. Meine Bubble in der Mitte. Jo, ich versuch. Okay, wir können töten. Äh, in die Mitte, in die Mitte. Ja, alles gut. Ja. Kann sein, dass der vordere Zipfel ab ist und wieder springen macht. Ja, mei. Kann ich ja machen. Nee, der war gerade weg. Sollen wir kurz tauschen, Sibi? Damit wir Sphären von uns aufsammeln. Äh, ich bin wohl von mir weg hier, du perfekte Akkubit. Hau dir auf die Fresse. Ja, versteck nicht nur hinterher, du Scheiß, Scheiß-Wanta, du Eierkubit. Ach komm. Ja, mei. Mich hat's doch erwischt. Der Ritter, der hat schön gut auf mich geschossen, der hintere. Also, egal, in und nicht, ohne mach ich den Zweifel platt. Jetzt hab ich Pfeil fertig. Mettest du noch mal Sven? Wenn du ein paar Ads zu mir laufen lässt, kann ich... Kann man eigentlich mit dem Prilikt blocken? Nee, oder? Ja, nee. Wird so schön gewesen. Der Gelb ist wieder da. Mhm. Markus, hast du's hören? Ich kann dir hier einen Pfeil setzen. Können wir welche machen? Ja. Ich muss noch kurz so setzen. Danke, du hast den Gelb mal gewonnen. Bitte noch. Perfekt, passt. Wir können ihn töten. Können wir? Ja, ja. Ist tot? Nein. Wird es sein, dass der Zipfel von der Brücke jetzt fehlt? Nein, der wird nicht fehlen. Weil ihr krass seid. Okay, gut. Der zweite blaue Ritter, der kam leider nicht. Also, ich hab auch geschlagen. So ist es nicht. Der sollte trotzdem rausgekommen sein. Oh Gott. Hoffentlich. Nein, ich war zu weit vorne. Ach. Blöd, blöd. Ja, leider. Sorry. Okay. Dann gehen wir hier runter, alle. Alle runter. Mhm. Du kannst dich aber drüben wiederbeleben, oder? Ja. Dann geh du drüben jetzt. Okay, soll ich? Ja. Wir fliegen zu dir rüber. Okay, ja. Sorry. Ja. Ich fliege als erstes. Alles gut. Muss ich Schuhe reinmachen, oder was? Ja, halt es mal bereit. Exo-Schuhe hab ich dran. Perfekt. Also, die vier Sprünge auf jeden Fall. Kann ich noch für Agilität, damit ich für Agilität bin? Ja, alles gut. Ich bin schon drüben. Wo ist der blaue? Das hab ich mir jetzt recht hier vorne. Aber da müssten zwei sein. Ja, ich... Nö, ich... Ich kann den zweiten auch töten. Glaube ich. Ja, doch. Ich glaub, der zweite hab ich aber kurz. Also, wie viele sind jetzt tot? Vier. Vier, okay. Einer muss noch sterben. Also, ich hab zwei Trice, Jungs. Zwei. Na, mach du das mal, bitte. Kommen die rechts oder links die jetzt? Die müssten... Drei links kommen. Ja, links. Sonst auch. Er kommt. Alles gut. Was ist denn, der Ritter? Er kommt zurück. Der Ritter müsste links aus der Tür rauskommen. Ja, er ist schon hart tot. Musst du einmal hinten. Ich mein's nur den blauen. Achso. Sebi, du musst nicht mehr viel Zeit rennen. Direkt unten auch, wenn du kannst. Hier vorne, hier vorne. Er kommt zu mir. Aber dieses andere knapp war das. Ich komme. Schwert neben mir, Markus. Zusammenbleiben. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich kenne dich. Bubli? Ja, hau mal kurz. Ich ende kurz meinen Sprung um. Und dann steck du dich jetzt in die Bubble. Sieh, du kannst dir auch noch eine Bubble stellen, falls die weg ist, oder? Oh, jawohl. Oh, nicht zu weit vor, Markus. Ja, wenn ich alleine schlage, dann ist es so. Oh Gott. Ich bin noch da. Yo, scheiße. Da kam noch eine. Spielt die bei safe? Äh, Tobi, du kannst auch deine Super irgendwo aufladen, mit schießen und dann erst wieder das Schwert nehmen, wenn der Super voll ist. Mhm. Ihr könnt auch theoretisch alle zerschießen auf einem Stein drauf, bis die blauen da sind. Die müsst ihr ja nur zerschlagen. Nein, ich... Das war dämlich. Nein, der hat keine... Ich wollte wegschlagen, aber dann ist mir ein Gefallen. Nein, man schlägt ja automatisch stehen, der... Das war dämlich. Das war dämlich. Sorry. Sorry, das war dämlich. Und schlägt erst mal den Nächsten, der steht, das ist gut. Ach, Mann. Ja, das war dämlich. Nee, wie wir glauben an dich. Packst du das? Na gut, er kann immer mit dem Schwert seine Ult aufladen und dann auf safe spielen. Das müsste gehen. Das war so vorhersehend. Das war so vorhersehend. Ach, nee. Das ist der klassische Anfänger vielleicht. Das hast du nicht gemacht. Das ist geliebt in der T-Box. Du hast gegen ein Schwert geschossen. Weißt du, warum ich... Deswegen lege ich bei Kruta auch immer, wenn ich den Sohn gemacht, mit dem Warnung schönes Schwert ganz auf die Seite und gehe erst für den Warnung ein paar Schritte weg, bevor ich schieße. Das ist passiert. Das ist passiert. So, haben Sie die Bubli, Herr Sebastian. Sie können mir ein, ey. Wunderschön, wunderschön. Ach, du Scheiße, Alter. Er mag nicht sehr, kann das sein. Ja, ich muss auch gerade warten. Ja, dann hole ich mir von Markus. Okay, können ihn töten. Können? Weg damit. Wo ist er denn bei dir, will ich? Oha. Machen Sie einmal nicht um die Akku. Hi. Wo ist er? Wo ist er? Sprenger Mitte steht ne Bubble Oh, eine Bubli Der gelbe rennt schon auch mit zu Bubble war weiße gesetzt Hast du nen Bogen, Markus? Ja, gleich fertig Komm Du bist jetzt fertig Kannst du mal in die Mitte schießen, bitte zu mir Das gibt mir der Ritter hier ziemlich offen, so Ich höre ein Problem Die war perfekt Scheren ab Gönn dir Ich dachte, man kann auch so Jetzt nicht zu weit schubsen Ganz knappe Sache hier Huch, Arkolytenschüssen ausweichen Ja, ich warte, bis deine Super vorbei ist Ich glaube, die Sphären droppen auch so dann, oder? Kann das sein? Ja, aber wenn du sie in deine Super auch sammelst, dann zählen die nicht für dich Achso, ja, klar Ja, das ist mir Sprung, glaube ich Ich muss gerade runter hier Ich stehe noch hier Ich helfe dir mal kurz Ich stehe wieder drüben Drei Sphären, da finde ich schon Drei Sphären, da komme ich doch sofort Ich finde, ein krasser Bubbel ist jetzt nicht mal Ganz krass Du hast vielleicht die Quantität, aber Siebi hat immer noch die Qualität Der Gelbe ist bei Markus, das ist böse, der kann das Segenbubbel Markus schafft das, ich weiß es Ich mache einen Pfeil Ja, ihr könnt die töten Fick dich Man nimmt mich selber tot, vielleicht schon wieder hier Das ist schon krank Hört er ist tot Ja Hau ab Klauen wir mal kurz bei der Sphären Hat mich erwischt Ich habe ihn geschlagen, aber er kommt nicht zu mir Ja, hau einfach weiter, Tobi Ja, das Ding ist, ich werde halt permanent von den anderen Ristern attackiert Und der Ritter macht halt heftig Damage Wie viele hast du drüben jetzt schon? Zwei, ne? Ähm Also der Ritter, der gerade eben hat noch gelebt Ach lol, Markus Wo spawnst du? Du bist hier gespawnt, ne? Ja Also der eine Blau Ritter lebt noch Der lebt halt noch Ja, die ganzen gelben Ads sind halt jetzt drüben Und keinem, der drüben geht, deswegen wird das jetzt relativ AIDS Das war Stau gewesen Zwie, hast du ne Bubble? So Äh, dann flieg du als erstes rüber Aber du kannst mit der Bubble dann die Ads wegmachen Ist dann relativ safe Ich hab grad noch keine Bubble Ich werd dann wahrscheinlich einfach nur gefickt von den ganzen Dingen Ads und so Der steht rechts vorne schon Rechtse Seite Stamm Stamm So 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 Ich dann natürlich So bist du Äh, ich will das nicht Werte ist auch weg Hat alle zwei weggekriegt Alle beide weg was wäre geht noch mal dass mich das ist sprint semi viele versuche wie du willst rüber zu kommen du wirst es schaffen ich glaube an dich der blaue rennt wieder rein du kannst auch so weit kommen jetzt haben wir schon ja 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 nö das ist mir klar aber eigentlich ein aufgehoben danke hallo komm jungs zusammen bleiben aufpassen mit der weg da young schafft ihr jetzt kommt sie ganz schön soll jetzt kommen sie das ist voll daneben sie müssen aufpassen die wollen euch die mögen euch die wollen mit euch küschen ja ja die 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 wollen dass ich euch tüten ich rufe euch jungs weg da aufladen rein mit der rafkanade ja das würde ich jetzt nicht da liegen lassen was machst du jetzt lassen sie sich nicht mehr produzieren ja dass die ritter denken sich nur so ne weißt du was anstatt es selber zu lösen hier ist eine anzeige kommt sie kommen sie sagen sich kommt jedoch zu uns werft die marken die granaten doch die sind schon ein bisschen schüchtern ja doch die sind schüchtern die sind schüchtern noch ein blauer die glaube ich die sind schüchtern zwei sind doch noch drei wo die magnetgranate zwei oder drei zwei oder drei sind noch eine jawohl schwertbrecher die arme die brauche ich mal auch und ich vergesse immer drei der münzen reinzutun man schickt euch doch einfach seitdem man es hätte hier nicht viel gebrauchen bei einem boss eigentlich schon Lauf, lauf. Oh. Oh. Oh, gerade noch so. Das geht bei dem Abhilfe. Ich begrüße euch. Er setzt die Kiste öffnen und kriegt am meisten Loot. Jawohl. Vielleicht passiert. Es ist nicht schlau, wenn ich nach links ein Titan auf jeder Seite in die Buble für alle. Naja. Mach mal eine Bucke. Ja, dann mir Sebi. Sind wir die rechte Seite? Ah, hi. Ja, ist Tilga hier sinnvoller? Nein, das ist gleich gut. Geschmacksache, sagt er. Ich muss erst mal Jallerhörnchen rein. Ja, komm, Tilga. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Tilga, Markus. Tilga. Was? Wir sind bei der Hexe. Tilga. Ach so. Alja, die Hexe. Tilga habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Oh, den habe ich komplett auf Damage geskillt. Oh, eine Schuhflinte für die Hexe, die immer rausfliegt. Da macht es bam, bam, bam und die Hexe ist weg. Bam, 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 bam. So, die brauche ich noch. Die brauche ich noch. Ganz komisch heute alles, ganz komisch. Ja, ganz komisch. Ganz normale Truppier. Haben die eigentlich schon geantwortet oder haben die es nur gelesen und ignoriert? Ich weiß nicht, wie kann man das sehen, dass sie das gelesen haben? Info hat noch keiner gelesen. Auf Info. Info. Alles bereit? Markus, wir sind gut. Also, so geht ihre Rez. Ich hänge ein bisschen hinten dran, Sibi, aber keine Angst. Haut. Keine Angst. Ich komme. Ja, beeil dich mal, Alter. Oh, ich habe kein Schwerkmonier mehr. Das ist sehr gut. Einer. Das ist gut. Schwerkmonier. Da wäre eine Pumpe dabei. Oh, die habe ich jetzt gar nicht. Okay, das geht schon. Ich habe Sniper mit. Jetzt den Crasher. Ja. Dann stelle ich in eine Bubble. Sniper, habe ich. Dann stelle ich in eine Bubble. Einfach stehen bleiben, bis die Dinge explodiert sind. Ja, sind sie schon. Nein, sind sie noch nicht explodiert. Die fliegen jetzt gleich alle hinterher. Die machen nämlich gut damage. Brauchst du Hilfe, Tobi? Okay, ja, warte. Schrotze, ich muss Schrotze noch antworten. Schnell! Schrotze, jetzt ist es drin. Soll ich Pfeil drauf machen? Pfeil! Mhm. Oh, toll, jetzt haut die noch ab. Ich habe keine Schwerden noch nicht mehr. Jetzt ist sie wieder drin. Wo ist sie? Schrotze, Schrotze. Schrotze. Die Füße! Ja, Mann, die finden wir auch noch. Ja, Mann. Ich hatte ja schon alles. Das sind doch nicht die Füße. So. Unermüdlicher Läufer. Sind das jetzt die Füße? Nee, doch. Das sind doch nicht die Füße. Ah, doch. Und beim Herziger. Ich habe eine Bumble für mich. Alles gut. Warte, wir müssen mal gucken. Ah, doch. Sind doch die Dings. Die Füße. Ich habe gehört, Roter Tod, Ex Machina und Roter Hunger ist eine gute Kombo. Ich habe die Füße gekriegt. Jetzt bin ich noch die Bumble. Ja, perfekt. Ja, das ist schon. Markus, du hast einen Bogen. Ja, habe ich. Jallohörnchen rein. Ich hoffe einfach, dass wir das mit der Überseele hinkriegen und guten Damage raufknallen. Ist nicht die Überseele, ist doch nur, wenn einer stiert. Das ist nicht knackig. Nein, nein, in 390 nicht. Wenn das Schild von Rotter Traum geht, dann kommt die Überseele. Down. Ja, ich habe nicht. Bist auch hier so down, dude. So down-Syndrom-Kind. Reicht wohl. Nein, nicht gegen aus und drohen, Leute. Ja. Down. Down, down. Asozial. Nichts. Aha, ich rede mit Sibi, aber man hört Sibi nicht. Deswegen hört es sich an, als wäre ich einfach nur ein Spass, der mit sich selber redet. Yay. Red weiter mit deinem imaginären Freund Sibi, Tobi. Alles gut, wir verstehen schon. Ey, Sibi existiert wirklich. Es wäre auch mal gut, vielleicht die Rüstung von dem Raid anzuziehen. Ach, echt? Habe ich. Früh gemerkt. Ich weiß nicht. Ist es so sinnvoll? Sicher? Das ist ja Bonusse dadurch. Ja, natürlich. Ich bin doch nicht behindert. Das war... Ach, Mann. Ich würde nur Witz machen. Also wir gehen links oder was? Dann machst du mehr Damage mit dem Helm, wenn du die Übersäule nass. Jungs. Wir gehen nach links oder was? Wir killen halt links alles. Dann gehen wir alle rechts raus. Ja, ja, klar. Wartet. Ich glaube, ich nehme transversive Schritte mit. Ich kann es nicht infodieren. So gute Sachen dabei. Ich habe transversive Schritte. Egal. Ich mache kurz eine Heavy-Synthese rein und dann kann man starten. Ne, ich gehe jetzt auf die Toilette kurz. Ah, okay. Auf die Toilette. Danke. Auf die Toilette. Was ich mache, ein Idiot? Was ich mache? Es ist einfach geil, wie sie nicht kommen und einfach nichts sagen. Einfach... Einfach gar nichts. Hätten sie davor abgesagt, wäre es ja okay gewesen, aber... Wann nicht? So, meinetwegen kommen wir. Meinetwegen kommen wir. Hätten. Hätten. Fehlen noch. Sebi. Sebi. Steht nicht drin. Ausgestoßener. 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 Du hast einen Bogen, oder, Markus? Ja, habe ich. Okay. Würden sie so vorne stehen. Alles gut. Sebi, mach rechts von mir. Ich mache links von dir. Überkreuz, weißt du? Okay, dann nicht. Ne. Er kommt vor, ihr Ritter. Granate. Oh, die Granate war sehr sinnvoll. Sehr, sehr befreit. Alles ausgerechnet. Alles ausgerechnet. Hätten wir zwar nur einen Schädenspeiter gegeben, aber alles ausgerechnet. Ist rechts auch clear? Rechts clear. Geh mal raus. Hörst du eine? Ich nehme die, was ich wieder raus. Ist rechts. Okay, du hast einen. Dann fällt mir den auf der anderen Seite. Ist auch weg. Da kennt Markus nichts. Easy, der kennt er nichts. Drei, zwei, eins, Schuss. Scheiße. Drei, zwei, eins, Schuss. Übersehle. Er hat mich noch totgeschlagen. Nein. Nein, 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 nein. So. Jetzt bitte normal sterben. Wieso? Ich kann ihn doch wiederbeleben. Ich kann mich doch unsichtbar machen. Hä? Ein bisschen Hard-Mode immer noch. Wir haben die Übersehle zerschossen, nur damit unsere Super nicht weggeht. Ja, wir wissen es nicht, wir kriegen die Übersehle noch. Ja. Naja, wenn du easy eine Ausrüstung hast, dass du mehr Damage machst mit der Sniper und Standort. Oh, Namen, Meister. Ich bin die Republik. Jungs, ich hock gerade mit dem verfittenen Panzer, ich bombe die Drecksbrüchen weg. Ich habe Pfeil fertig, ne? Oh, Mats, kommt auch. Den habe ich gerade noch eingeladen, damit ich mit Simon reden kann. Hey. Ich bin die Eingeladen, um mit dem tollen Simon zu reden. Wir sind noch nicht fertig, weil zwei gewisse Herren einfach nicht den Anstand hatten, irgendwas zu sagen und einfach nicht kommen und sich gar nicht melden. Tim und Kari. Tja, die sind hohen Söhne. Hey, du kennst deren Müttern nicht, ja? Fängst du dir? Diese Söhne von ziegenlosen Müttern. Ziegenlosen Müttern? Das ist besser. Ich weiß, ich weiß, dass Tims Mutter keine Ziege hat. Bei Kari bin ich mir nicht sicher. Bei Kari bin ich mir auch nicht sicher. Ich töte links in Ritter, Markus. Nein. Sammy wäre noch ein paar Kamele. Kari liegt in Berlin, da eine Ziege oder eine Kamele zu halten wäre ich. Drei, zwei, eins, Schuss. Jungs, ich habe verloren. Ihr nur blickert versagt. Drei, zwei, eins, Schuss. Schuss. Übersehender. Oh, jetzt geht's auf die Hose. Der, ich wurde von den Rittern totgeschossen. Notgar, Notgar. Wir waren ein Tag. Du bist ja schon wieder tot. Die Ritter haben mich totgeschossen. Denk schon, denk schon. Aber es waren jeweils beide ein Ritter tot. Was? Hast gelehrt? Nee, es sind zweit. Nee, ich habe halt bloß Landwirtschaft zum Ritter. Das waren halt zwei Tage, die auch nicht geschossen haben. Mett, können wir eine eigene Party machen, oder? Nee, nee, ich wurde jetzt hier eingeladen, damit ich mit dir rede. Ja, wir können eine eigene Party machen. Wir sind zu motiviert. Das heißt, Mett, das muss ich nicht reden. Aber Mett, da gibt es deine Freundin. Welche Freundin? Stimmt, stimmt, stimmt. Wir sind ja alle Single und hoffnungslos. Ja. Ja, du hättest ja... Er erinnert mich an was, ja? Du hättest ja nicht Single sein müssen. Nein. Er erkennt einfach nicht, dass sie einfach ihr verfügte Nummer aufs Ding schreibt. Ja, halt's Maul. Der Pfeil noch nicht voll, ne? Ja, halt's Maul. Okay, ich kenne wieder was so. Oh Mann. Mett, halt's Maul. Weißt du, diese Diskussion, die tun auch wieder die Stimmung ein bisschen heben. Also weiß ich die jetzt nicht. Mett, Mett. Jetzt zerstört wieder alles, aber... Das muss ich mich auch noch umbringen. Die Diskussion sind auch wieder Stimmung ein bisschen. Ja, dann bitteschön. Du willst echt noch mehr Gründe finden, warum die Königin dich fasst. Die hasst du nicht. Doch, hast du. Die hasst dich. Nein. Die hat letztens gesagt, wenn ich nicht mal bei euch bin, soll ich dich hier umbringen. Die hasst dich nicht. Nein, die hasst dich nicht. Das ist so ein hartes Wort. Die hat mich mal anders gesagt. Rechts auch? Rechts. Sie sagt, sie will deinen Kopf auf einer Pike haben. Auf einer Pike? Auf einer Pike. Nee, aber wir nehmen mal auf einen Pike. Es gibt viel bessere... Rechts ist auch einer weg. Ich hab auch gesagt, ich kann dich lebendig. Ich hab Chlorophon daheim. Ich hab nur einen Schuss. Da kann sich selber machen, aber dann macht es... Dann muss ich zweimal schießen bei der zweiten Runde. Drei, zwei, eins. Schuss. Metz, es gibt Fragen, darauf gibt es keine Antwort von mir. Keine Antwort. Warum noch nicht so langweilig? Ich fange jetzt schon recht an drauf zu schießen. Ich dir gesagt, ich werde dich umbringen. Zwei, eins. Mein Terminkanal ist aber gerade ziemlich voll. Ich lasse dich erst an der Tür machen dann. Danke. Weil dann stirbst du mit dem Zweck, dass du was in deinem Leben erreicht hast. Jetzt hätte ich ein Zweck am Leben. Du hast in deinem Leben erreicht. Ja, wenn du Abitur hast. Mann, Sammy, was machst du? Ich hab gelebt. Ach, Mann. Wahrscheinlich muss ich immer stehen, dass sie nichts zu besänftigen. Ich hab grad ein bisschen mit meinem Handling verkackt. Dass man grad noch 40 Sekunden warten. Ja, kann man. Das sag ich, andere schwitzen immer so richtig hart, weil Sammy steht immer da und most good so. Ja, wie so ein Fallout ist. Ja. Ich geh kurz auf den Tapf, bis euch. Nein. Ich hör dich doppeln, Alter. Jungs, ich brauch euch. Ja. Die Republik, Jungs. Die Republik ist tot. Ich bin gefallen. Nein. Der hat das Spiel nicht. Ja, dann. Weil er ein Verräter ist. Ja, das macht er nicht. Ja, aber das macht er nicht. Also, ich bin soweit fertig. Ich bin da gleich vom Scheißhaus-Vlog von Anfang. Nee, jetzt dreh ich mir erst mal an. Jetzt können wir nicht anfangen. Wir können anfangen. Nee, jetzt dreh ich mir rein. Wir können anfangen. Ja, wir können anfangen. Klare Sache. Wir können anfangen. Wie er es sagt, ja, wir können anfangen. Und eine Sekunde später. Nee, jetzt dreh ich mehr. Nee, jetzt geht's nicht weg. Nee, jetzt geht's nicht weg. Ja, komm. Dafür, dass wir heute kein Speedrun-Training hatten, haben wir trotzdem unser Spaß. Das ist unser Training. Ja, super. Ja, der Speedrun, der läuft ja schon ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, sieh, wie ich schick jetzt rein. Hab ich gerade noch, was ich... Nein, ich bin doch noch gar nicht soweit. Jungs, Alter, ich bin... Jungs, ich brauch einen Obi-Wan. Und er will sein Obi-Wan die ganze Zeit. Ich bin gerade General Grievous. Ja. Jungs, sagt es einer. Bitte. Jungs, reden. Das ist ein Grundgesetz. Nein. Äh. Das ist kein Grundgesetz. Doch. Jungs, er täuscht mich nicht. Ich bin General Grievous. Das ist ein Grundgesetz. Ja, nur für euch. Ich bin noch ein Druide, hallo? Ich bin noch ein Druide. Das Reichsbürger zählt uns in Gesetzen. Tobi ist ein Druide. Er ist noch ein größerer Verräter, als ich gedacht habe. Ja, eigentlich bin ich ein Klon. Hoffe ich. Für Reichsbürger Tobi zählen unsere Gesetze nicht. Ja, wir können. Wir können, wir können, wir können. Jungs, ich sag doch mal einer, hello there. Ich hab mal. Ich bin gekriebelt, Alter. Ich sag doch mal einer, hello there. Machen! Ich ziehe dir der Ghostbeter. Jungs, wisst ihr, was der Vorteil ist? Und zwar, wenn man nach oben schaut, nach ganz oben, hat man keinen Rückstoß. Wow. Das ist die Strat. Tobi. Tobi legt sich jetzt nur noch hin und rollst am Boden rum und schießt nur so nach oben schaut. Kein Rückstoß. Peter! Das ist die neue Meta. Ich hab Fall fertig, brauchst nichts reinwerfen. Was hast du? Ich hab Fall fertig, brauchst nichts reinwerfen. Achso, ich dachte, du hast das nicht angehört. Oh nein, scheiße. Oh, verkehrte Klopfe durch. Hallo. So geht's. Ja, das hat's gedauert. Nein, ich werde angerufen. Ich bin gar nicht grüßt. Grievous auch legendär. Ich spiele gerade General Grievous. Bitte stören Sie mich nicht. Ist das Mira? Nein. Grievous geht vor. Grievous ist vor Haus. Ja, Mira. Rechts clear. Ja. Ja, ich hab grad was wichtiges zu tun. Sie bestellst du's oder ich stell? Nee, ich stell den. Ich zerstelle dich, Peter. Ich spiele gerade wieder mit den Boys. Ja, alles gut. Ich schneide was raus. Eben Sprenger unten. Ja, links auch, links auch. Ah, das ist General Kenobi. Nein. Er greift nicht an. Why are you running? Oh, je ne run. 1, 2, 1, Schuss. Ja, Mira, ich schüsse es mit den Boys. Es ist kompliziert. 3, 2, 1, Schuss. Nein! Grievous hat mich geshüttert. Nein. Schieß, du Fotze. Ja, geht doch. Wieso willst du jetzt telefonieren? Ich hab gesagt, wir telefonieren früher, aber jetzt ist schlecht gerade. Nein, ich schüsse ich nicht. Nein, 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 nope, nope. Ich bin schon wieder tot. Mann. Mann. Wie sieht eure Heavy aus? Ja, ich weide gerade. Ich kann zum Ziels. 2 Schüsse. Ich kann zum Ziels nehmen. Ja, passt voll. 22 Sekunden. Gut, Metz, du machst Schmerz? Metz macht Schmerz? Perfekt. Metz hat gesagt, der ist voll. Und fach voll. Und wirst du eigentlich hier... Ich muss hier an die Oma schwer geben. Machen wir nach, haben wir Bäume. Ich hab Schwere jetzt voll. Hab ich den installiert. Alter, wie viel... Ich renne gerade vor Anakin weg. Ich hab gar nichts verpasst. Jimmy, ich kann auch ohne den Raid saufen. Ich bin hoffnungslos. Ich bin Alkoholiker. Ich bin für alles ein Grund zu saufen. Oh, das ist ein schönes... Alle raus. Okay. Raus, Jungs, raus. Bitte einen Ritter, Kim. Ich mach links den Ritter. Alles gut. Ich mach rechts den Ritter. Rechts ist weg. Links waren niemals zwei. Immer nur einer. Oh, ich hab... Okay. Jo, ich hab... Ich so klar. Drei... Zwei... Eins... Schuss. Boah, der steht richtig weit. Sehr dick böse. Metz, warum musst du mich jetzt an? Drei... Zwei... Eins... Schuss. Warum legst du auf? Das ist ein Public-Commando. Fuck. Okay. Du übersehst das. Easy, Jungs. Easy. Was für die Übersehle? Easy. Ab und trotz. First try, Jungs. First try. Leuch. Jetzt muss ich Markus nochmal erklären, wie man hochkommt. Nein. Vielleicht schafft ihr's heute. Nein, ich mach jetzt. Nein! Ich aber nicht bin Titan-Wert. Schön, dass du mit dem Titan-Wert ist. Was schaffst du hier auf meiner Seite, Kamerad? Ich hab Metz etwas versprochen. Wieso kommen wir denn noch Etze-Alter? Was hast du Metz versprochen? Danach wird Landstuhlwirtschaftssimulator gespielt. Nein. Doch, okay. Nein. Doch. Ich habe gesprochen. Du hast keine Macht in diesem Land. Junge, ich kämpfe gerade an der Seite der KUS. Und ich sterbe. Ich bin tot. Und jetzt schau jetzt, dass es Zeit zum Landstuhl auszuspielen. Dieses Spiel will ich nicht spielen. Dieses Spiel will ich nicht spielen. Da brauchen wir ja noch mehr Trecker. Ja, Mann. Brevis ist hier. Wie, warte doch. Die brauchen noch. Ja, Mann. Ich hab die Füße gekriegt. Ja. Nee. Ja, Markus, los. Nein. Ach, Mann. Das wird Knochen rein, dann schaffst du es auch. Ja, hab ich doch. Mann. 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 Warte, ich hab sogar noch eine. Wo ist denn die Füße? Da hin? Da rüber. Du lügst doch. Yo, Alter. Yo. Ja, Volker, was? Tobi, dann geleite ich Markus. Okay. Wo geht es überhaupt hin? So, nicht wo geht es hin, sondern was ist unser Ziel? Eins. Ah, die Brückenphase. Zwei. Zack. Und jetzt wohin? Da auf die Kante hast du immer gesagt, ne? Genau, da auf die Kante. Am besten die Bündnis schafft sie hoch. Genau. Zwei. Da stehst du gerade. So, hier am besten auch hier runtergehen und dann hier rufst du mir. Ja, Simon reicht auch wieder. Da steht hier nicht, da bleibt nicht. Du kannst da aber auf jeden Fall stehen gleich. Warte, ich belebe dich. So schnell belebe, Mutter. Einfach zur Brückenphase, oder wie, ist unser Ziel? Warte, schau zu. Äh, okay, da kenne ich den Weg nicht. I have the high ground. Als Druide. Gesehen? Nö. Daran. Ach, jetzt, ich hab's. Genau. Und jetzt hier rüber? Genau. Jetzt hier hoch. Nicht hier hoch. Hoch zu mir. Was war das für die Waffe? Nach hoch. Nach hoch? Ja. Und jetzt noch mal nach hoch? Nach hoch. Alle so in der Wut, ich kann sie mir die Hände nach hoch. Nach hoch? Nach vorne drückt man sprinten dabei. Tobi, gehst du mal ein Tretboot fahren? Ach, gut. Moment, ich weiß nicht. Das ist ja unsichtbar. Was ist das? Weiß nicht. Da ist die Bootsfrau da, dann können wir Luis produzieren. Kannst du auch eins weiter unten landen und dann hier hoch springen wieder. Alter, hab ich 75 Kills. Jetzt wieder halt hier hoch springen. Ich geh ja viel zu schnell nach unten. Was ist denn hier los? Jo. Alter, wo bin ich hier denn? Krass. Ganz oben. Ja, seh ich schon. Ja, warte kurz. Ich komme. Markus, komm rüber. Markus, komm rüber. Ja, ich komme. Ja, los, Markus, los. Ich komme. Ich schaff's nicht. Ah, ja, wir müssen normal. Nein, wir müssen, wir müssen laufen, 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 laufen. Lauf, laufen, 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 laufen. Lauf, schnell. Lauf, Schlampe. Präziser Sprachgebrauch. Geh hoch. Ja, lauf. Lauf, auf. Ich werde es nicht schaffen. Ich schaff's nicht mit dem Waller. Ich schaff's nicht. Da muss ich hin. Ja, hier drüben runter, ganz drüben runter. Ja, ja, schaff's nicht. Da bist du bei der Brücke. Geil. Okay. Mal's. Ich hab's überhaupt geschossen, ne? Warte mal, was hab ich für eine Ölchen? Boah, Schwert. Anne, ist die Brücke noch da, ne? Nee, du kannst einfach drüberspringen. Oh, ey, man schaff's nicht mit dem Dreads-Warlock. Du musst hauen. Das letzte Stück musst du hauen, das geht schon. Warte mal, ach, ich kann das Schwert mitnehmen. Och, Lul. Och, Duli. Nicht mal, der Schwert mitnehmen. Der Brücke schaffst du schon. Oh, warte mal. Jetzt komm. Auch Schwert mitnehmen. Alter, komm, ich, Alter, ist so mega leicht, Mann. Ja. Und dann willst du mir erzählen, dass ich... Das ist mega leicht, ich sehe, du wieder abstürzt. Dann willst du mir erzählen, dass ich da nicht zurückkomme mit dem Dings, mit dem Jäger? Ja, wenn du die normale Phase hast nicht, kannst du Tobi freuen. Der ist vorhin gestorben, weil er sich zurückhauen wollte. Weil er eine unsichtbare Wand in der Mitte ist. Ja, aber du kommst doch so oft rüber, wenn du... Ja, aber wenn die Phase da ist nicht. Eine Stunde 43 zu viert, geht voll fit. Kannst du, der Tobi wollte sich einmal rüberhauen, zurück.